Hallo, schönen Abend. Ich hoffe, ihr habt den Tag schön genossen und ich freue mich, dass ihr jetzt mit dabei seid, um den Tag würdig abzuschließen und aber auch nochmals den Körper mit frischem Qi zu versorgen. Und so in so eine Sammlung für den Abend, für die Nacht einzutreten, inzutauchen. Die Hauptübung, die ich am Abend immer unterrichte, ist das Qi Tenen. Da geht es vor allem um den Austausch, um den Austausch des Qi des Körpers mit dem Qi des Universums. Das heißt, wir wendeln zwischen der Ausdehnung mit dem Fokus, gehen wir ganz nach außen bis zum Horizont, bis ganz hinaus ins Universum. Und dann schwenken wir mit dem Fokus nach innen und schicken das Qi ganz tief hinein, bis in jede einzelne Zelle. Und von der einzelnen Zelle gehen wir wieder weit nach außen, bis zum Horizont, bis zur Milchstraße. Und genau, das ist zum einen diese Bewegung, die wir da mit den Händen machen und zum anderen ist es aber auch dieses ständige Pendeln unserer Aufmerksamkeit mit unserem Geist. Das bringt sozusagen so diesen Fluss, diesen Austausch, dieses Einklinken in das große Ganze so stark hervor, bewirkt es so stark. Zu Beginn werde ich noch eine ganz kleine kurze Übung anleiten, die sozusagen gerade im Halsbereich da zu einer Öffnung führt und die auch so eine Öffnung für ganz subtile Prozesse bewirkt. Insgesamt geht es vor allem darum, unser Bewusstsein ganz als das zentrale Werkzeug dieser Art von Qi Gong, in dem Genom Qi Gong zu verwenden. Also ich vergleiche das Bewusstsein immer so wie so ein Filter, wie eine Linse, die sozusagen diese vielen Eindrücke und die vielen Möglichkeiten, wo wir gerade überall hingehen können, fokussiert und bündelt in diesen Brennpunkt dieser Linse. Und dort, wo wir da ganz gebündelt sind mit unserer Aufmerksamkeit, fokussiert sich auch das Qi und ja, dort wo das Qi sehr konzentriert, sehr fokussiert ist, kann es auch am meisten bewegen, helfen, aktivieren und so weiter. Gut, ich hoffe, es haben sich jetzt schon alle eingefunden, die jetzt live mitüben wollen, vielleicht wird das Video auch dann im Nachhinein noch weiter betrachtet. Gut, wir setzen uns wieder an die Sesselkante nach vorne, kippen das Becken nach vorne, sodass wir ein Stück weit im Hohlkreuz sind, lockern nochmal die Arme, legen die Hände auf den oberschen Kinn ab, Beckenboden ist leicht angezogen, aus dem Kinn gehen wir zum Kehlkopf, und wir richten den Kopf vom Schädelpunkt herauf, wir spüren das Zentrum des Kopfes, wir richten unseren Blick geradeaus nach vorne, ohne was zu fokussieren, ohne zu zwingen können. Und wir ziehen den Blick ins Zentrum des Kopfes, schließen dabei langsam die Augen, richten alle unsere Sinne zum Zentrum des Kopfes aus, Wir schauen zum Zentrum des Kopfes, wir schauen zum Zentrum des Kopfes, wir hören zum Zentrum des Kopfes, Wir riechen zum Zentrum des Kopfes. Wir schmecken zum Zentrum des Kopfes. Alle unsere Sinne sind ganz fokussiert auf das Zentrum des Kopfes hier ausgerichtet. Alle anderen Sinnesendrücke lassen wir im Hintergrund zum Fokus und im Zentrum des Kopfes. Jetzt öffnen wir diesen Fokus nach und nach. Wir nehmen den gesamten Kopf wahr. Der gesamte Kopf ist offen und entspannt. Nehmen den Hals und den Nacken wahr. Hals und Nacken sind offen und entspannt. Nehmen die Schultern wahr, die Arme, Ellbogen, Handgelenke, Hände und Finger. Schultern, Arme und Hände sind offen und entspannt. Wir nehmen den Brustraum wahr, die Herzgegend. Sind offen und entspannt. Nehmen den Bauchraum wahr, die inneren Organe. Die Bauchraum und die inneren Organe sind offen und entspannt. Nehmen den Beckenraum wahr, die Hüften. Nehmen den Beckenraum wahr, die Hüften. Sind offen und entspannt. Nehmen den Beckenraum und die Hüften sind offen und entspannt. Nehmen den gesamten Körper wahr, von den Fußsohlen bis zum Scheitelpunkt. Nehmen den Beckenraum wahr, die ganze Körper ist entspannt. Alle Körperstrukturen öffnen sich. Die Haut öffnet sich. Die Muskeln öffnen sich. Die Sehnen und Bänder öffnen sich. Auch die Knochen öffnen sich. Alle Körperstrukturen sind geöffnet. Es ist ganz viel Raum zwischen den einzelnen Schichten des Körpers. In den einzelnen Schichten. Das Chi kann völlig ungehindert, ohne jegliche Barriere, durch unsere Körper hindurchströmen. Wir nehmen den Chi-Körper wahr, der unseren physischen Körper umhüllt. Und gehen mit der Aufmerksamkeit noch weiter nach außen. Und gehen mit dem Raum und dem Blut befinden. Und gehen noch weiter nach außen. Bis zum Stephansdomenweg. Bis zu den Wolken. Bis zu den Sternen. Bis zu den Galaxien. Und ganz, ganz weit nach außen. Bis zur Milchstraße. Das Chi des Universums strömt jetzt zu dem Wasserfall. Und zu unseren Körper hinein. Unsere Körper wachsen in alle Richtungen. Die Geist öffnet sich ganz weit nach außen. Die Strahlen Aspekte aus. Es sind innerlich wohl. Der Herz schlägt still und friedvoll. Der Geist ist frei von Gedanken. Wir öffnen uns ganz weit nach außen. Wir sind entspannt und offen. Das Chi des Universums strömt in unsere Körper hinein. Wir sind in Einklang mit Chi, in Einklang mit Chi. Wir beginnen jetzt mit dem Drachenkopf. Stellen wir uns jetzt vor, dass bei den Ohren seitwärts, auch bei den Seiten des Kopfes, soll nach oben geschwungen werden, gerne herausragen. Und wir legen das linke Horn zur linken Schulter und drehen den Kopf in keinster Weise nach links. Richten das linke Horn auf in der Vorstellung in einem Bogen. Und legen das rechte Horn zur rechten Schulter. Richten das rechte Horn in einem Bogen auf. Und legen das linke Horn zur linken Schulter. In einem Bogen aufrichten. Das Zentrum des Kopfes durchläuft dabei. So eine liegende Achterschleife. Das rechte Horn nach rechts richten, zur rechten Schulter legen. Das linke Horn zur linken Schulter legen. In einem Bogen aufrichten und ganz fokussiert bleiben. Das rechte Horn zur rechten Schulter legen. Das rechte Horn zur rechten Schulter. In einem Bogen aufrichten. Das rechte Horn zur rechten Schulter. In einem Bogen aufrichten. In einem Bogen aufrichten. Das linke Horn zur linken Schulter legen. In einem Bogen aufrichten. Das linke Horn zur linken Schulter legen. In einem Bogen aufrichten. Das rechte Horn zur rechten Schulter legen. In einem Bogen aufrichten. Das machen wir noch zwei Minuten ohne, dass ich es extra anleite. Ganz fokussiert bleiben. In einem Bogen aufrichten. Klumern. ito, ich habe mir noch unsere 뒤에 ein wenig закончiert. Ich warte gleich rein. 그렇게 Höhen. In einem Bogen aufrichten. In einem Bogen auf Management abonniert. Das sind sie verankert. Man, das ist die höhen. Das sind wunderbar. combos hat. Das muss rehilter Sachen. Ganz bei dieser subtilen Bewegung bleiben und neugend und offen sein, was sonst passiert, wie es sich anfühlt, welche Empfindungen, Gefühle, leistigen Zustände, die sich einstellen. Das linke Hand, die linken Schultern, innen den Boden aufrichten, das rechte Hand. Das linke Hand zur linken Schultern, innen den Boden aufrichten, das rechte Hand zur rechten Schultern, innen den Boden aufrichten. Und den Kopf in die neutrale Position bringen. Kurz nachspülen. Gerade, wie fühlt es sich da? In den obersten Halswirbeln gerade. Und wir nehmen die Hände jetzt vor dem Nabel, Wandflächen zueinander gerichtet. Und wir öffnen die Hände. Visualisieren die Weite. Und schließen die Hände. Visualisieren das Körperinnere. Öffnen. 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 Und schließen, das Körperinnere visualisieren und ganz fokussiert bleiben. Öffnen, ausgehen. Schließen, aufnehmen. Der untere Rücken geht beim Öffnen nach vorne. Und beim Schließen wieder nach hinten. Dann machen wir uns einen richtigen Rundrücken, also mit dem unteren Rücken. Öffnen, ausdehnen. Der untere Rücken geht ins Wohlbreiz. Schließen, aufnehmen. Zie die Finanze. Öffnen. Schließen. Öffnen. Schließen. Öffnen. Schließen. Öffnen. Öffnen. Schließen. Öffnen. Öffnen. Schließen. öffnen, ausdehnen, mit dem unteren Rücken nach vorne, schließen, ausdehnen, ganz tief innen schicken, öffnen, ausdehnen, unteren Rücken geht nach vorne, schließen, aufnehmen, tief innen schicken, öffnen, schließen, öffnen, schließen, öffnen, schließen, öffnen, schließen, öffnen, schließen, öffnen, schließen, öffnen, ausdehnen, weit nach außen gehen, öffnen, schließen, aufnehmen, tief innen schicken, öffnen, schließen, öffnen, öffnen, schließen, 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 öffnen, Öffnen. Schließen. Öffnen. Schließen. Öffnen. Öffnen. Schließen. Öffnen. Schließen. Öffnen. 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 Schließen. Öffnen. 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 nach außen gehen, schließen, öffnen, schließen, ganz tief hineinschieben, öffnen, ganz weit nach außen gehen, schließen, öffnen, schließen. Öffnen, schließen, öffnen, schließen. 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 Öffnen, schließen. Jetzt können wir die Hände mit hineinnehmen. Bewusten. Können Sie, können wir ganz weit nach außen gehen, in der Vorstellung. Die Hände bleiben ruhig, den Innenraum wahrnehmen zwischen den Händen und wir bringen die Hände wieder zu einer Körperregion, wo wir das Qi gerade besonders brauchen und wir wissen, dass das Qi ohne Probleme die Körpergrenzen durchdringen kann, dass es ganz tief in den Körper hineinwirken kann und wir schicken dort, genau dort, ganz weit drinnen, vielleicht bis zu den Zellen in dieser Region. Gute Information, Aula, alles ist bereits gut. Ganz genau visualisieren, was wir da auch spüren, was kommt bei euch intuitiv, welche Qualität braucht ihr genau in dieser Region. Und einfach ganz genau hinspüren, was braucht es da genau. Und diese Qualität, so wie wenn sie sich schon eingestellt hat, die schicken wir in diese Region. Aula, alles ist bereits gut. Aula, alle Funktionen sind ein und frei vorhanden. Aula, das Qi kann völlig ungehindert hindurchdringen. Aula, alle Zellen in dieser Körperregion sind frei, aktiv, genähert und spülen von frischem Qi. Lassen die Hände jetzt wieder neben den Beinen nach unten hängen. Stellen uns vor, die Hände ragen tief in den Körper hinein, in den Boden hinein, in die Erde hinein. Und wir heben einen Qi-Ball aus der Erde hoch, ganz langsam, gleichmäßig, bis über den Kopf, über den Kopf kurz passieren, den Handflächen sind zum Körper hinuntergerichtet. Frisches Qi sprudelt in unseren Körper hinein. Und umspült jede einzelne Zelle, aktiviert sie, nähert sie, stärkt sie. Und wir senken die Hände zum Kopf hinunter. Vorbei am Gesicht. So bei einem Hals. So bei einem Brustraum. So bei einem Bauchraum. So bei einem Beckenraum. Hüften, Oberschenkel. Wir bleiben aufrecht sitzen. Gehen mit den Händen in der Vorstellung durch die Knie, Oberschenkel, Fußgelenke, Füße und Zehen. Die Hände ragen tief in die Erde hinein. Und wir heben einen Qi-Ball aus der Erde hoch. Ganz langsam und gleichmäßig. Bis über den Kopf. Über den Kopf kurz passieren. Hände sind zum Körper hinuntergerichtet. Frisches, feines, reines Qi sprudelt in unseren Körper hinein. Aktiviert, belebt, stärkt. Öffnet jede einzelne Zelle. Und wir senken die Hände zum Kopf hinunter. Ausziehen vor der Stirn. Qi strömt ins obere Energiezentrum. Das Qi und Blut im oberen Energiezentrum fließen völlig frei und ungehindert, sind in Fülle vorhanden. Und wir senken die Hände weit nach unten. Bis vor die Brust. Ausziehen vor der Brust schicken frisches Qi in das mittlere Energiezentrum. Jede einzelne Zelle ist genähert, gestärkt aktiviert. Das Qi und Blut im mittleren Energiezentrum sind völlig ungehindert und stark fließend. Wir öffnen die Arme zur Seite. Und umarmen einen Energieball vor dem Körper. Wir legen die Hände auf den Narben. frisches Qi strömt in das untere Energiezentrum. Das aktiviert, belebt, stärkt, öffnet jede einzelne Zelle. Wir speichern das Qi im unteren Energiezentrum. Wir ruhen mit absichtloser Absicht, mit unserer Aufmerksamkeit im unteren Dantrum. Und dann garantieren. Wir schicken uns selbst gute Informationen. Aula. Aula. Alle Zellen sind aktiv, gestärkt und funktionieren völlig einwandfrei. Wir schicken den Menschen, die uns nahe stehen, Qi und gute Informationen. Aula. 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 Bei allen anderen Menschen, besonders denen, die mit Corona zu kämpfen haben, sind die in dem Pflanzen und dem ganzen Universum. Aula. 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 Wohlsame, Chi gestärkte Nachtruhe, können länger schlafen, morgen um 8 Uhr. Also, schönen Abend.